Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Atlantis Box von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Atlantis von Flair, das Ganze am 27.03. erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 16. Album von Flair. Das Ganze ja in unterschiedlichen Varianten erschienen. Das Bundle zu diesem Album habe ich euch aber jetzt vorgestellt. Das gab es mit einem Sweatshirt und heute ist es an der Zeit für die Box. Die kommt hier mit einem Trainingsanzug. Spannenderweise kommt die exakt in einer, in der gleichen Box wie auch das Bundle. Also von der Box und dem Bundle rein so vom Karton her kein Unterschied zu sehen. Das Einzige was sich unterscheidet ist dieser Aufkleber hier. Jawohl, auf der Seite lesen wir überall DEV. Also ein klassischer DEV Shop Karton. Ihr kennt die. Von unten ebenfalls in schwarz. Und dann haben wir hier einen Sticker. Hier ist eben der Unterschied auszumachen. Und zwar lesen wir hier Limited Deluxe Box Size L. Es gab diesen Trainingsanzug meines Wissens in L, XL und XXL. Ich habe mich für L entschieden. Und dann lesen wir hier noch. Enthält Album CD, A2 Poster und Trainingsanzug. Das finde ich auch spannend, denn hier ist das Poster angegeben. Und wir erinnern uns, im Bundle gab es ebenfalls ein Poster. Allerdings stand davon nichts auf dem Sticker. Hier steht nämlich wirklich nur Enthält Album CD und limitierten Sweater. Spannenderweise jetzt bei der Box ist das wirklich explizit genannt, das Poster. Naja, gut. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Also aus der Folie, aus dem Karton holen. Aber zuvor mal hier die Folie, den Paketklebestreifen öffnen. So, wunderbar. Und dann schauen wir mal hinein. So, als erstes kommt uns hier entgegen das Album. Dann haben wir den Trainingsanzug. Und scheinbar löst sich der Karton hier schon von ganz von alleine auf. Und dann haben wir auch noch ein Poster. Gut, wir packen den mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album. Allerdings holen wir vorher noch hier kurz den Trainingsanzug aus der Folie. So, den packen wir dabei noch zur Seite. Beziehungsweise ganz zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Atlantis von Flair. Wir haben hier ein Super-Jule-Case und Flair vor einem dicken Mercedes stehend. In einer Kapuzenjacke. Und das Ganze wurde tatsächlich in der Waschanlage aufgenommen. Ja, ich glaube ihr habt es mitbekommen. Das Cover wurde ja mindestens so oft geändert wie der Albumtitel. Also aus Corleone wurde dann irgendwann Energy, Energie und schlussendlich dann doch Atlantis. Und jetzt schlussendlich ist es auch kein Unterwasser-Foto geworden, sondern ein Foto aus der Waschanlage. Hier auf der Seite in lila. Auf dieser Seite lesen wir wieder Flair Atlantis. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks am Start. Features kommen von Summer Jam, Gringo, Sierra Kid, Cido und Farid Bang. Dann haben wir hier noch die Armband-Uhr von Flair, Beteiligte und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes natürlich müssen wir uns das Booklet vornehmen. Ja, die Scheiben hier gut eingeschäumt. Dann haben wir hier gleich mal die Credits zum Album, wer hier beteiligt war. Dann die einzelnen Tracks mit Info, wer Text und wer Beat beigesteuert hat. Ich glaube ohne Ausnahme alle Tracks von Symes produziert. Weitere Fotos der Waschanlage. S63 AMG in weiß. Ja, also das Design, dieses Artwork mit der Waschanlage wird hier konsequent auf allen Seiten durchgezogen. Entweder man sieht den Interpreten oder das Auto in der Waschanlage. So, dann haben wir die CD. Die kommt hier in diesem roten Wasserdesign. Also das Auto bzw. die Spritzer hier. Die Wasserspritzer wurden hier so rot eingefärbt vom Licht. Und hier gibt es dann auch nochmal Drip in Form des Schaums. So, genug zum Album. Wir kommen zum Poster. Das Poster ist, wie wir schon sehen können, einseitig bedruckt. Und auch hier haben wir natürlich wieder Flair abgebildet. Das ist das Coverfoto nur eben im Querformat. Da hinten sieht man auch diese riesen Walze da. Diese Rolle, die man in der Waschanlage dann über das Auto drüber gezogen bekommt. Hier unten dann noch die Logos der Beteiligten. Und dann packen wir das wieder zusammen. Und kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar dem Trainingsanzug. Der hier aus zwei Teilen besteht, logischerweise. So, wir haben hier einen Trainingsanzug bestehend aus Hose und Oberteil. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Hose. Packen das Oberteil noch zur Seite. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Hose in Schwarz. Die kommt hier mit roten Streifen auf der Seite. Also sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite haben wir hier so vernäht einen Streifen mit durchgängigem Schriftzug Ghettosport. Jawohl, das zieht sich hier über die gesamte Länge und endet dann hier oben am Bund. Rechts natürlich genauso. Wir haben dann sogar richtig retro hier unten diese Reißverschlüsse, um hier zu einem Teil dann die Beine aufzumachen. Also hier unten, was werden das sein? 10, 15 cm ungefähr kann man hier mit diesem Reißverschluss öffnen. Okay. Auf der linken Seite natürlich ebenso der Reißverschluss. Dann haben wir hier unter dem Eingriff, also unter der Tasche, haben wir dann hier noch den Schriftzug Ghettosport bei Maskulin. Links und rechts dann klassische Eingriffe, also ganz einfache Taschen. Hier ist kein Reißverschluss oder irgendein Knopf, die sind ganz einfach hier so. Der Bund kommt hier mit zwei schwarzen Bändern, die hier vorne noch mit Kunststoff verstärkt wurden, hier diese Kappen. Dann kann man das entsprechend zusammenziehen und den Bund etwas enger gestalten. Von der Rückseite sieht das Ganze so aus, also glatt. Wir haben hier keinen weiteren Schriftzug und auch keine Tasche oder irgendwas vernäht. Und vom Innenleben haben wir hier einmal einen Einnäher. Was lesen wir hier? Also einmal das Maskulin M, the first real brand, size L. Dann haben wir diesen Anhänger hier, the first real brand, Maskulin produced under exclusive license by Devshop. Meines Wissens ja eines der letzten Produkte, denn der Devshop-Deal ist ja beidseitig aufgelöst worden. Und dann haben wir hier noch Color Black EU Size L. Okay, das wissen wir schon alles. Universal Music GmbH, designed in Berlin, made in Turkey. Grüße gehen raus. Und das Ganze besteht hier aus 100% Polyester. Ja, das ist so klassisch bei diesen Trainingsanzügen, Polyester. So, dann packen wir mal die Hose wieder zusammen. Wenn ich es schaffe. So, einmal und. Ja, wunderbar. Zweimal. Und kommen als nächstes zum Oberteil. Das da so aussieht. Also vom Stil her natürlich ident. Alles hier in schwarz. Dann auf den Seiten, genau wie bei der Hose auch, links und rechts jeweils das durchgängige Band hier mit Ghettosport. Der Bund unten hier in schwarz. Dann links und rechts jeweils wieder die Taschen hier, die Eingriffe. Und dann haben wir hier im Brustbereich wieder den Schriftzug in rot. Das ist hier so drauf gedruckt. Ghettosport bei Maskulin. Und auf der Rückseite auch hier nichts weiter. Also kein Neckprint oder irgendwas. Ganz glatt in schwarz. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch großteils schwarz hier drinnen sein wird. Machen wir mal auf. So, ja. Also von innen in schwarz. Wir haben hier nur am Übergang hier zum Kragen zu diesem Band hier dieses weiße Element. Diesen weißen Streifen hier noch. Okay. Auch hier lesen wir wieder Size L. Klar. Und natürlich wieder dieses Anhängerchen hier mit dabei. So. Und das Ganze lässt sich hier wirklich bis ganz nach oben, bis zum Anschlag zippen. Auch wenn es bei mir jetzt gerade etwas klemmt. Na. Habe ich da was reingezwickt? Nein, eigentlich nicht. Okay. Aber scheinbar macht es jetzt gerade irgendwie Faxen so. Aber jetzt. Gut. Dann legen wir auch das Oberteil wieder zusammen, nachdem das Unterteil ja 100% Polyester war, die Hose und Made in Turkey. Gehe ich mal davon aus, dass es sich hier beim Oberteil genauso verhält und wir auch hier wieder 100% Polyester vorfinden. So packen wir wieder zusammen, einmal, zweimal und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Jetzt einmal das eben gezeigte Oberteil, inklusive der Hose, also der Trainingsanzug hier bestehend aus Hose und Oberteil, aus dieser Zippweste. Dann haben wir das Poster, Format A2 müsste das sein, glaube ich, im Querformat und natürlich das Album im Super Jule Case mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Atlantis von Flair. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt euch auf, ciao.